So eine Maschine, die Marte! Es sind noch keine Kriegsrufe, Alter. Falkenordensband. Erziele als Speer sieben Kills und eine Runde. Ja, das ist... Ja! Und schon wieder habe ich keine Munition. Es ist zum Kotzen. Echt, das finde ich kacke. Welch hinterrücks... Welch hinterrücks... Hinterrücks... Ich kann den Satz nicht beenden. Alter, schieß, schieß! Ja! Ja! Ich blühe richtig auf jetzt! Ach, Schatz! Ich meine, gut, ich sollte mich erschießen. Ich brauche Munition. Jo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Battlefield 1. Gleich als Speer mal unterwegs. Ich liebe es ja zu snipen. So, und wo wir... Ja, was mir gerade so eingefallen ist noch, bevor ich das Spiel gestartet habe, habe ich mir die Modis angeguckt hier und wollte meine Runde rasch spielen. Und da fielen mir wieder ein... Und da fielen mir wieder ein... Die vielen, vielen Kritikpunkte zu Battlefield 5. Und ich muss sagen... Klar, EA und DICE haben Fehler gemacht. Aber auch die Community trägt einen... Für mich einen großen Teil dazu bei, dass sie das Spiel schlecht geredet haben. Nehmen wir zum Beispiel nur mal rasch. Ich wollte hier mal eine Runde rasch spielen. Und Equa hat ja in einem seiner Videos gesagt, ja, hier bringen sie mir alle paar Wochen mal rasch rein. Und, äh... Warum kann man das nicht drin lassen? Hier ist es drin. Und es spielt keine Sau. Ich habe gewartet, ich habe es dreimal versucht. Dann hatte ich eins... Da war ich drin allein, Alter. Hallo? Was ist denn das für ein Scheiß? Das Überangebot an Spielmodis ist nicht gut. Es ist so. Es sind genug Modi da. Auch in Battlefield 5. Und das mit der abwechslungsreichen... Mit dem abwechslungsreichen Anbieten der Modi war nicht die schlechteste Idee. Denn wenn rasch mal da war in Battlefield 5, dann wurde es auch gespielt. Dann konnte man rasch spielen, weil alle Leute rasch gespielt haben. Und hier, was hast du hier? Eroberung. Ich spiele nur Eroberung. Ständiges Gemecker. Time2Kill zu hoch, zu niedrig. Nimmt sie doch einfach wie sie ist und macht das Beste draus. Ich meine... Okay, die haben... Was sie in meinen Augen falsch gemacht haben, war halt, dass sie die Änderung an der Time2Kill halt auf dem Live-System gemacht haben. Und nicht... Oh, hallo? Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Alter, nein! Scheiße. Und nicht auf dem Testsurfer. Das hätte man auf dem Testsurfer machen müssen und warten, was die Community sagt. Haben sie nicht gemacht. Aber abgesehen davon, die Time2Kill, Alter. wenn du Scheiße spielst, spielst du Scheiße mit einer hohen oder einer niedrigen Time2Kill. Ein guter Spieler ist immer besser als du. Wenn du einen Scheiß Aim hast, einen Scheiß Movement, einen Scheiß Aim, so wie ich, dann kann die Time2Kill sein, wie sie will, Alter. Dann hast du vielleicht mal eine Chance, vielleicht mal einen besseren Spieler zu erschießen, aber dafür killt der dich zehnmal. Ist zwar eigentlich ein gute Laune Schlachtfeld, meine Videos, aber echt an Battlefield 5 wurde so viel rumgenörkelt, dass es mir einfach nur in der Seele wehtat. Aber ich muss sagen, Battlefield 1 und Battlefield 5 sind für mich, alleine schon wegen den Settings, halt die besten Battlefields, die ich kenne. Es gibt ja scheinbar keine Versorgungsstation für Munition oder so. Weil ich habe jetzt meine Sniper leer geschossen und stehe ich da. Irgendein Versorger ist irgendwie nicht in der Nähe. Munitionskisten sehe ich keine. Das finde ich kacke, muss ich ehrlich sagen. Als Sniper bin ich ja nun mal nicht dort, wo die Versorger sind. Oh, er hat mir Munition gegeben. Aber versteht ihr, was ich meine? Der Sniper ist doch hinten. Im Hintergrund. Oh ja. Komm, 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 komm ins MG. Komm, komm, zeig dein Köpfchen, zeig dein Köpfchen. Zeig seine Rübe nicht. Will kein 1 MG. Schreit sich schon wieder einmal die Seele aus dem Leib. Hitmarker. Ja! Ein erster Kill. Wieso habe ich den nicht getroffen? Warum? Schade. Das wäre zu geil gewesen. Ui. Da haben wir zwei zugleich auf ihn geschossen. Ah, da ist einer. Äh, der zuckt nicht mehr. Er hat eine Bombe. Au, 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 au. Rumpler schmeißt wieder seine Kretze auf mich. Äh. Nein! So, jetzt woge ich mal meinen Heil etwas mehr abseits. Au. Junge. Ah. Aha. Okay, okay, okay. So eine Maschine, die Marte. Es sind noch keine Kriegsrufe, Alter. Da sitzt er. Nein! Dieses Schwein. Ach, da ist noch einer. Alter, die hängen ja da hinten. Der ganze Berg ist voll. Na wartet. Ihr Mistkäfer. Na wartet. Ja. So schmeckt das. Das schmeckt. Oh, da liegt doch einer. Ha, ha, ha. Ja, das liebe ich, Alter. Aber man hat den echt schlecht gesehen, Oma. Also, das geübte Auge vielleicht. Aber meins nicht. Du 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 du. Du 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 du. Man sieht nichts. Das ist unser Panzer. Da oben in Berg liegt auch keinem. Alter, halt doch die Fresse, Junge. Da. Ja. Ausgesnipet hat sich's für dich. Da. Ja. Ja. Schade. Schade. Da ist runtergesprungen. Da. Ja. Schön. Falkenordensband. Erziele als Speer aus ihm Kills und einen runter. Ja, das ist... Ja. Oh, schönen Headshot, schönen Headshot. Das liebe ich. Ich liebe Headshots. Mama. Schade, da warst du schnell weg. Weit doch mal stehen, Junge. Wir haben ihm Ameisenhaufen und alle aufgescheucht. Ah, getroffen. Ja, 80. Für 80. Aber leider nicht umgebracht. Oh ja, fliegen mir die Fetzen um die Rohren. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Oh. Ich mach gleich aus. Schade, den hat... Oh nein, den hat mir einer weggeschossen. Den hat mir einer weggeschossen. Komm, zeig dein Köpfchen, zeig dein Köpfchen. Mein Schießverteier bewegt sich so schnell. Nein. Warum hat er sich bewegt? Ja. Ja. Da lacht mein Herz. Da lacht mein Scharfschützenherz. In seiner schönsten Form. Da hab ich jetzt ordentlich Kills aufgeholt. Er war nicht dort, wo ich ihn erwartet hätte. Man muss ja als Sniper dorthin schießen, wo man den Gegner erwartet. Nicht wo er ist, sondern wo er sein wird. Er war nicht da, wo ich ihn erwartet hätte. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nein, da hab ich jetzt getrievt. Da hab ich getrievt. Da hätte ich ein bisschen schneller schießen müssen. Den haben sie da auseinandergenommen. Alter, das war nicht schlecht. Da liegt doch einer auf der Mauer. Alter, ich treff ihn nicht. Ach nee, da steht ein MG. Ich treff ihn nicht, Alter. Ich war doch drauf, Junge, oder nicht? Jetzt war ich zu zweit drüben. Jetzt war ich aber drauf. Ja, was denn nun? Halte ich hoch, ist es zu hoch? Halte ich drauf, ist es... Scheiße, Alter. Ich treff ihn nicht. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt springt er weg. Mal Zielberte. Sehe ich was? Nö. Oh, da oben läuft einer. Ach, hinterm Berg. Was? Was? Au! Was? Ah! Was? Wo war das jetzt? Wer hat ihn ja auf mich erschossen jetzt? Verdammte Axt. Aus der Hütte raus? Ja, da sitzt er. Da! Da hält. Weggemäht. Und schon wieder habe ich keine Munition. Es ist zum Kotzen. Das finde ich kacke. Und es steht auch keine Munitionskiste rum, Alter. Was soll ich machen? Ich kann jetzt nur versuchen, mich erschießen zu lassen. Oder wenn es jetzt nochmal ein oder eine Pistole zu erschießen. So wie das arme Schwein, der nicht wusste, woher es kam. Er schießt sich gerade ein. Kanade, 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 Kanade. Au! Au! Ich brenne! Ich... Puh! Mann! Brandet der Arsch! Welch hinterrücks? Welch hinterrücks? Hinterrücks? Ich kann den Satz nicht beenden. Welch hinterlistiger Angriff. So. Junge! Komm! Nein, er tuckt sich. Ja! 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 Komm, tu auch noch! Ja! 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 Das Herz geht mir auf. Es geht mir über und über. Verwärme. Gut dann. Ja! Aller schöne Schäle. Ah. Eieieie! Halbeteil ist killen! Eieieie! Okay, wollen wir es mal kennenlassen. Der ist weg. Den haben sie glatt gemacht. Nachladen. Schnell! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben die größte Kante. Der hat einen Haken geschlagen. Da habe ich vorbeigeaimt. Ach! Bleib doch mal stehen, Junge! Junge! Ja! Da wollte er gerade auf mich. Da wollte er gerade mich wegmachen, Alter! Habt ihr das gesehen? Am Arsch! Da rennt wieder einer. Scheiße! Zu tief! Zu tief! Ah! Alter! Schieß! Schieß! Ja! 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 Ich blühe richtig auf jetzt! Es läuft! Oh, Corporal! Corporal, Junge! Und Kriegsanleihen! Her damit! Nee, das war... Ich dachte... Ich dachte, da sitzt einer, aber das scheint bloß... Oh, da steht einer! Ja! Junge, Junge, ich blühe auf! Platt weg! Platt weg! Oh, schade, die haben sie mir weggenommen. Junge! Hab ich mich gequält, da man... Ja, legt sich hin und tot. Ich hab nochmal nachgeschossen. Hallo? Ja, da hab ich mich ordentlich hochgearbeitet. Von vorhin... Von diesem... Millionen Fehlschüssen hoch auf mittlerweile 20 Kills, Alter! Es war... Es war ein Run, ein... Ich hatte einen Lauf vom Feinsten. So, wieder hinter meinen Stein hier. Da ist wieder einer. Springt fröhlich, springt fröhlich. Nein! Er springt weiter! Ich will, dass er sich aus... Ah, dass er sich ausgesprungen hat! Nein! Äh, scheiße! Oder? Eine letzte Chance! Eine letzte Chance! Und ich verziehe, ich verziehe! Da läuft doch wieder einer hoch! Da... Da will doch wieder einer hin! Da ist wieder einer! Da ist dort einer! Das ist... Da ist ein Panzer! Kriege beim Umdrehen, ja! Ich muss mich mal... Mann, Alter! Was ist mit mir los? Schade! Niederhaltungshilfe! Ich will nicht niederhalten! Ich will niederschießen! Ui! Dreadnord! Was soll das sein? Hört sich jedenfalls krass an! Ich weiß nicht... Was kann das, mein Schatz? Ich sehe keinen! Ich weiß nicht... Was soll das sein? Ich hoffe... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... ...kirke... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... da liegt einer man ist das wieder das gleiche Spiel ich hasse diese Stelle da hinten das ist doch nicht möglich alter kann doch nicht wahr sein andauernd schieße ich da hinten vorbei ich hatte doch gerade so schön ran da war ein Kumpel soll der Run jetzt vorbei sein soll es das gewesen sein für mich ich hoffe nicht sie führen aber noch besteht die Chance ein paar Kills zu machen so nicht ja Falkenordnungsband schon wieder das nicht vorhin schon mal gehabt so jemand dort nö wir haben ja schon wieder das Maul fusselig geredet da fährt ein Dicker durch die Kante da läuft einer nein zu schnell da läuft noch einer vorbei man bin ich doof alter bisschen vorhalten hat nichts genutzt treff ihn einfach nicht scheiße weg weg ist er so schnell ja kam er wieder weg oh nachladen nachladen da oben da oben ja oh sorry da hätte ich weiter vorhalten müssen noch sechs Schuss habe ich noch sechs jämmerliche Schuss dann muss ich mich wieder umbringen lassen schade ja 72 getroffen da ist einer vorbei nein meinem letzten Schuss habe ich auch noch vorbeigeschossen scheiße 960 haben sie schon jetzt muss ich mich wieder erschießen lassen und wenn ich wieder eine Position gefunden habe bin ich wieder 23 Kills sechsmal erschossen das ist gar nicht so schlecht ist hier einer hallo kann mich jemand erschießen bitte ich brauche Munition das war ein Scharfschützenkollege der hat auch keine Munition oh man das kann doch jetzt nicht wahr sein da ist einer die Weihungshilfe 10 Punkt das will ich nicht entweder wollte ich ihn killen oder im Kampf im heldenhaften Kampf da ist noch einer da oben oh ihr wimmelt es ja nur so ihr wimmelt es nur so ach scheiße ey ich meine gut soll ich mich auch erschießen ich brauche Munition ja niederlager bitte italiener ich sag's doch die italiener können keinen kampf gewinnen und ja ich danke euch fürs zuschauen bis dahin tschüssi das peł di